Ich bin hier gerade an der Leopoldstraße. Es ist 17.49 Uhr. Da sind wir hier schöner Stau. Da fahren sie wie die Brücken hin und her. Lustig hier. Da ist auch so eine kleine Formel 1 Fahrerei hier. Immer schön bremsen und Gas geben aufpassen, dass man nicht aneckt und dass man nicht blinkt und rüber wechselt. So, ich fahre jetzt mal geradeaus. Fahr bis zu. Felsian Harre, jawohl. Ziele steht da rum. Oh, der biegt da gleich. Das war aber der. Andere geht da rüber. Ich mach nur eine Fahrfahrung. Was sie ja schauen. Der Waldemar ist nach oben. Da oben rechts ist das. Das ist der Waldemar Kindler. Und einfach mein Vater, der Cousin. Das heißt nicht Großcousin. Da haben sie jetzt hier wieder Mercedes. Schönes Auto ausgestellt drin. Die haben immer so Rampofahrzeuge drin. Das ist irgendwie so ein weißer Cabrio zur Zeit. Sie haben auch schon das erste Auto, das Mercedes entwickelt hat. Und hier ist natürlich der Kaisersaal. Und da geht es hinter zur Residenz. Und da geht es hinter zur Residenz. ... ... ... ... ...